Musik Hallo, wir sind hier beim Sommernachtsfest in Schwäbisch Hall. Vorhin hat es zwar ein bisschen geregnet, aber es schaut aus, als ob es besser wird. Jetzt schauen wir mal. Musik Musik Ich sitze hier gerade mit der Familie Wackenmuth. Wie lange sind Sie denn heute schon hier? Seit 18 Uhr. Seit 18 Uhr. Und wie gefällt es Ihnen so? Es ist für mich ja nicht das erste Mal. Es ist 14 Jahre schon hintereinander, weil ich bin freiwilliger Helfer. Musik 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 The Boys are Back in Town. Das ist ein altes Rocklied aus den 70ern. Obwohl, ihr seid viel zu jung. Musik Musik Wie heißen Sie denn? Paula Weissmann Und woher kommen Sie? Aus Ernstbach. Okay, was machen Sie denn heute hier? Das sehen Sie ja auch. Spazieren laufen. Wir wollten die schönen Lichter angucken, aber sie haben ein schlechtes Wetter bestellt. Ich heiße Katja Borsch, wir sind beide aus Geisbach. Ja, Philipp Müller. Wir sind noch nicht verheiratet deswegen. Okay, und was machen Sie denn heute hier? Ja, wir wollen feiern. Alles klar. Und ist das erste Mal, wo Sie jetzt hier sind? Nee, jedes Jahr. Jedes Jahr. Und wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Sehr gut, ja. Es muss nicht wieder regnen. Also deswegen, wir haben wir vorhin jetzt extra 20 Euro Eintritt zahlen. Ich hoffe, dass das Wetter auch so bleibt jetzt. Musik Ja, ich heiße Ulrich Donnermeyer. Ich komme aus Langen, aus Hessen und wir sind hier im Urlaub. Okay, wie gefällt es Ihnen denn hier bis jetzt? Sie meinen heute Abend noch dem Fest? Außer, dass es ein bisschen nass ist, gefällt es uns ganz gut, ja. Ich stehe hier gerade mit Ingeborg Lerchskope. Sie stand den ganzen Abend hier an der Kasse. Wie war denn der Andrang heute? Heute hat es sich in Grenzen gehalten. Ja, also weniger als letztes Jahr? Ja, also bedeutend weniger. Lag wahrscheinlich auch am Regen oder am Wetter allgemein heute? Würde ich schon so sehen, ja. Musik 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 Vielen Dank.